Moin, moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Leute, wenn ihr auch mal bei einem Video mitmachen wollt, dann tönt gerne jetzt meinen Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich habe auch Insta. Dort könnt ihr mir auch auf Ede folgen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wäre auf jeden Fall Ede. Weil, Leute, es haben mich einfach 74,4% meiner Zuschauer nicht abonniert. Also lasst ein Like und ein Abo da, sonst passiert das. Leute, ihr geht einfach nach Hause und denkt nichts Böses. Dann passiert das. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier gedrungen. Also lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt let's go mit dem Video. Okay, bald wird jemand kommen und ich wohin muss. Okay. Mann, ich will die einfach nur raus. Ich hätte so ein schönes Leben. Davor? Hier kann man nicht ausbrechen. Oh? Hallo. Hallo. Hallo, Fleschi. Mäschi und Feschi als Vater und Mutter oder was? Nee, jetzt komm mit. Sei nicht mal so langsam. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin schnell. Ich verstehe, wieso du keine Freundin hast. Da rein. Du hast jetzt. Verboten. Was ist das? Nein. Ich lasse dich nicht mehr raus. Ich kann dir auch einfach den Kopf wegschieben. Okay, wir messen deine Kräfte. Da drauf. Kopf einziehen. Hm, wo? Wieso finde ich immer diesen Anschalter nicht? Ach, das Ding ist auch ein bisschen kaputt. Ähm, hier. Tut gar nicht weh. Ah, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ah. Was ist das? Was, warum macht ihr die Experimente? Das ist nur für Gutes in der Welt. Ähm, ja. Also jetzt, du kannst wieder mitkommen. Okay. Wow. Wow. Boah, was ist das? Äh, das ist unser... ...besonder Bereich. Und was ist das denn hier? Äh, das geht dich nix an. Okay, okay. Leg dich hier drauf. Okay. Wo bleiben nur die anderen Versuchspäße? Keine Ahnung. Die werden schon irgendwann kommen. Oder heute wohl nicht mehr. Okay, warte. Die Kräfte... Wo kommen die hin? Da hin. Okay. Alles kontrollieren. Kabel steckt. Gut. Nein. Und... Anmachen. Ah! Der Generator läuft schon voll. Wie das wohl dann mit den Menschen wird? Das tut voll weh. Wäre ja auch unlogisch, wenn nicht. Warum tust du das? Weil ich Gutes für die Welt will. Was denn? Ein paar Menschen müssen dich eben opfern. Wofür? Sag mir doch. Wäre das Gute. Was willst du Gutes? Das wirst du schon noch erfahren. Okay, komm mit. Ich will jetzt gucken, was ich damit... ...ob ich die wieder zurückleiten kann. Dadurch. Was ist das? Toilettenschleuse. Nein. Was ist das? Zwei von diesen Kopfmaschinen? Nein. Das ist was ganz anderes. Und wie sind denn die Kopfmaschinen? Die heißen Hydromediktion. Ich kenne da gar keine Fachbegriffe. Oh nein. Wir läuten die ganze Energie wieder in dich um. Und an. Okay. Okay. Ah... Sei froh. Das nächste Mal wirst du sie nicht zurückbekommen. Okay. Komm mit. Okay. Wie geht's dir denn? Geht's... Du lebst noch. Muss ich zurück in die Zelle? Oh, was ist das? Das ist mir schwindelig. Komm, komm weiter. Mann, ey. Flaschi, komm. Okay, 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 okay. Ich komm schon. Ja, ja. Hier, in das da. Ja. So, okay. Ich bin froh, dass die anderen heute nicht da waren. Okay. Mann, ich will einfach nur raus. Mann. Was war das denn? Sie hat die Tür nicht richtig zugemacht. Ich muss leider sein. Ich muss leider sein. Mann, sie ist hier bestimmt irgendwo. Ja, sie ist auch offen. Aber sie ist normalerweise immer offen. Moment. Mann, sie ist zu. Ich kann nicht durch. Mann. Ich sehe sie nicht. Was ist das? Oh. Nein. Und wenn. tried to work. Oh mein Gott. Es funktioniert einfach. Es geht auch. Ist hier irgendwo. Nein, ist hier nichts. Ich kann sie nicht mehr schließen. Und hier. Ich meine irgendwo. Oh mein Gott. So, kann man das so schnell wegmachen? Oh, ich will hier experimentieren auch ein bisschen hier. muss sie leider vielleicht strahlen was ist das? vielleicht ein Ausgang warte, ist offen oh, da ist sie Schöße ah, hallo Chef ja, ähm, ja die Experimente laufen recht gut ja, er ist stark stärker als ich gedacht hab wirklich Talent, der Bursche ich versteh nicht, wie sie ihn ausgewählt haben wenn er entfernen wird wozu seine ganze Kraft dient alles läuft perfekt sie ist da drin ah, was ist sie nicht so ah, Frau Ramirez sie läuft zum Gefängnis ha, wenn der wüsste dass sein Freund noch lebt was? ja la努力 dass sind mandate das ist es sind qui die took die auch und Untertitelung des ZDF, 2020